So, liebe Leute, ich muss in der Top-Lane ran. Gegen Rhythm, das ist nicht geil. Vor allen Dingen spielt ihr mit Ignite. Das wird richtig höllenschwierig. Ist das Gold Season 1 oder... Bronze Season 1. Und wie dem auch sei, die spielt auf jeden Fall schon mal drei Season länger als ich. Also kann man erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass sie mehr Spielerfahrung hat. Ich hoffe, dass ich das durch mein Suchtum und durch mein... Only-Cho-Play irgendwie ausgleichen kann. Ah, eine Rhythm ist immer scheiße. Also die letzte Rhythm hat uns richtig frisch gemacht. Bzw. sie hat uns nicht frisch gemacht, aber sie hat auch mein Team frisch gemacht. Also... Müssen wir auch gucken, wenn Volley kommt, ob ich damit dann was reißen kann. Ja, unsere Ari ist auch direkt mad, weil ich weiß nicht wer. Einer hat von uns seinen Champion gebannt. Es ist halt auch einfach ärgerlich. Ich würde auch tierisch ausflippen, wenn ich Cho als Preferred-Pick auswähle und dann bannt ihn irgendein Penner da aus meiner Gruppe. Das passiert hin und wieder. Gerade auch... Ari wollte Zed spielen. Und äh... Uh. Oh! Wow! Lol! Wow! Alter! Oh, der arme Blitzcrank. Wie peinlich. Minions have spawned. Leboy. So, Ari-Line. Aber dich muss ich leider erstmal muten. Ich hab Angst, dass du mich aus dem Konzept bringst. So, ich fang gegen Riven mit W an. Ganz einfach, weil ich sie so unterbrechen möchte. Könnten übrigens tatsächlich Triple-Premate sein hier. Jetzt muss ich raus. Auf geht's. Okay. Okay, ich trinke den letzten Drang. Es war ein Fehler, gegen Riven mit W anzufangen. E ist, glaube ich, einfach noch die bessere Variante. Mist. Gut gemacht, Wally. Gut gemacht. Vielleicht habe ich tatsächlich mal gut Primates. Zu viel Trash, um da reinzugehen gleich. Aber Kalista ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr mit Blitzcrank pre-made. He's a Raven Spieler. Ich muss aufpassen. Vor allem, weil ich jetzt schon wieder fast oben bin. Lass sie reinpushen. Ah, nice. Wen haben die als Jungle? Rango, ich muss weg. Oder ich bleib unter dem Tower. Nice. Okay. Und dann geht's. Mal gucken, ob ich vor ihr Level 6 werde. Muss halt nach wie vor aufpassen. Bleibt gefährlich, die Gute. Lass mich, die Gute zu sehen. Hat das ihr gepinkt? Haben wir den Tower nicht mehr bekommen? Worth that? Oh gosh, wenn ich Ulti gehabt hätte. Und es donnert hier schon wieder, ey. Kein TP ab. So, mal gucken, ob ich die Riven jetzt gleich töten kann. Hat sie Hex gekauft? Nein, hat sie nicht. Das heißt, wenn ich gut spiele, kann ich sie gleich töten. Dafür muss ich mich jetzt nur konzentrieren. Ist eine gute Spielerin. Okay. 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 Riven roamed die ganze Zeit. Okay. 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 Wo ich Tore bekomme. Das war knapp. Good job, Mete, good job. Good job, Mete. Ich hoffe, dass die jetzt irgendwann mal anfängt zu warden. Kann ich angehen, dass die Riven da immer kommt. Ich habe meinen Pink Ward immer noch nicht gestellt, das sollte ich bei nächster Gelegenheit nachholen. Ich hoffe, dass die Riven da ist. Ich hoffe, dass die Riven da ist. Ich hoffe, dass die Riven da ist. Das war nicht so, wie es geplant war. Aha. Oh Gott. War nicht so geil, ne? Ah, das war nicht so, wie ich meinen TP normalerweise einsetzen wollen würde. Ja, naja. Ich hoffe, dass die Riven da ist. Die kommen da klar. Kommen sie nicht. Riven flankt. Da müssen sie sich immer drauf einstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können dieses Spiel gewinnen, aber da müssen wir uns jetzt wirklich anstrengen. Und vor allen Dingen muss auch Blitzcrank seine Hooks besser treffen. Weil das ist bis jetzt nicht so geil gewesen, was wir da gesehen haben. Das war nicht so geil gewesen. Ja, das war nicht so geil gewesen. Ich glaube, Sie haben die Riven da gewinnen. Auch wenn der Riven da ist. Ich glaube, dass er eine Riven da ist. Ich glaube, dass er die Riven da ist. Ich glaube, dass er nicht so geil gewesen ist. Ich glaube, dass ich nur den Riven da war. Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Ah, es war schlecht Unlucky Wenn der Supporter wieder am meisten gefeedet ist, ne, 3,5 Okay, Brand, aber Brand hat auch viel ausgehalten Das lag nur an dem Rod of Idris, dass der da so stark war Und gefühlt So einen normalen Caster hätte ich viel einfacher umgehauen Good job So 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 Einfach Instant Silence Wir müssen das zu viel zu hinbekommen, dann mache ich Top-Lane-Druck Allerdings hoffe ich, dass Revan da jetzt nicht gleich reinspringt und die komplett auseinander nimmt Nice, good job 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 immer greedy diese recalls eigentlich überflüssig, dass man sowas so zu greedy ansetzt aber naja, so sind, bin ich ja letztlich auch oft, also greedy recalls Standard-Situation wo man stirbt Farm ist übrigens nicht so geil bei mir Boah Diari, Alter, ne Das ist verkackt, Diari Okay Jungen Jungen Das ist ein Wettbewerb. Nope! Wow. Das ist hier als die Aranga-WP. Da ist das Surrender-Vote raus. Schönes Spiel. Good Job, Guys. Good Job, Ari. Gab gar keinen Grund, rumzumaulen. Du hast mit Ari auch gut gespielt. Good Job. Well played, Guys.